Hier ist euer AmarTV. Okay, jetzt geht's los. Es ist gut, um Minas zu befallen. Leute, die fehlen ihren Männern. Ja, Mann. Shadgang. Ja, Mann. Ich bin doch cool. Shadgang, Shadgang. Ey, dieses Jonglieren ist krass geil. Ey, dieses Jonglieren ist krass geil. Ah, hi. Hallo, Halil Erkoban, wie geht's dir? Ah, hi. Willst du den Stream meinen Freunden weiterschicken? Warte, was kannst du machen? Schick mal Hadi und Ayam. Samy, ich schick Samuel. Digga, über 3. Fenix, Mo, ich schick Julio, ich schick... Okay, wo landen wir? Landen wir Dasti? Lass einfach so... Ich lande Snobby. Ich lande Snobby. Nein, ich lande Lowenlatch. Okay, ich komme. Musst du noch eine Kiste luchen? Okay, Bruder. Nein, ich kann zwei. Aber ich kann zwei. Aber ich kann zwei. Aber ich kann zwei. Aber ich kann zwei. Ich kann zwei. Ich kann zwei. Wenn ich eine mache zugehe, ich bringe es reine Qualität. Aber mach mal im Hintergrund Musik an. Damit du bessere Feeling und so. Wann sind langweilig. Okay. Okay, ich mach Konzentrums Musik an. Nein, ich schwöre. Ich schwöre Schlefte, ne? Ich schwöre Schlefte, ne? Ich schwöre Schlefte, ne? Nein, ich schwöre Schlefte, ne? Bei Gott, die schläfte gehen. Okay, Bruder, ich mach nicht. Ich bagge um mein Leben. Okay, warte. Weißerung, ich bagge? Weil du ein Left-Timmer machst. Ich muss jetzt spielen wie ein Pro-Player. Egal, warum leck ich so krass, Egal? Meine Mutter hat 20.000 Kanäle auf einmal. Ist hier bei mir so ein Zombie oder was? Bruder, hast du das gehört? Was? Da, hier war einfach so ein Zombie. Also, glaube ich, habe ich gehört. Jetzt lege ich mich in den Koch. Hier, krass. Hast du eine normale Pistole gefunden? Eine normale Pistole? Eine normale nicht. Nur ein Schallgedankter. Wie viele Leute schon dazu? Eine. Wer? Ähm, warte, das kann ich nicht sehen. Ja. Lass mich mal rein schreiben. Hör dir mich? Schreib mal rein. Ja, die hören dich. Abonniert ist AMA TV nicht, weil er macht Videos. Er macht Clickbait. Wann? Was ist Egal daran? Was ist Egal daran? Was ist Egal daran? Ich bin YouTube-Polizei. Ich bin YouTube-Polizei. Ich bin YouTube-Polizei. Ey, der, der spielt, der mir gerade zuguckt. Sag mal Hi. Schreibt mal was rein. Ey, Lama, I love it. Ich fühl mich nicht, Lama. Wenn du um Lama's gehst, bringe ich deine Qualität. Okay, cool. Mach das. Du belegst mich nicht ein. Du lebst mich ein. Komm, lass in die Zone. Du lebe ich hier so nicht mehr. Lass dich zonen Schirmen, aber das wirst du nicht. Nee, ich fahre richtig viel mit. Dann wäre ja wieder beliebt. Du lebst mich nicht. Okay, man. Du jagst mir Angst an mit deiner Musik, was du also suchst. Ich mach jetzt halt... Okay, du wirst es sehen, du wirst es sehen. Ey, Digga, ich hatte eine Idee, guck mal, dass das Konstantin ist. Ich mach jetzt Konstantin seine Musik ein. Ey, Halli, ich mach jetzt Konstantin seine Musik in meinen Livestream. Und dann lad ihn mal ein in meinen Livestream. Ich schick ihn mal, ich teile das mal mit ihm. Digga, dann ne, er wird so richtig im Arsch mit dem Bump drüber. Nein, Jo, er schlägt nicht. Konstantin. Wenn der mich schlägt, ne? Ey, ich schläf den Name. Name. Wenn der mich schlägt, darfst du mich aufschlagen. Jo. Mach ich nicht Spaß, Bruder. Ah, wirklich? Jo. Ja, ja, ja. Das machen wir. Digga, auf einmal fühle ich zwei Millionen fallen, ne? Aber wenn ich brauchen will... Endlich ne, P90. Du liebst mich nicht. Okay, Digga, du jagst mir jetzt langsam Angst ein. Und deshalb lebe ich jetzt auch nicht mehr. Ah! Ich versuch mal ein paar Schießeisen-Skills zu machen. Ja, Mann. Da wird... Ich werde da durch zocken. Nicht. Diesen Sieben ist doch sehr offen. Okay, Digga, schenk mir alle in den Teams, ne? Schenk mir alle in den Teams, ne? Ja, okay. Oder so. Oder so. Nein, Spaß, Bruder, brauchst nicht. Aber wär nicht. Ja, komm, jetzt gehen wir gleich in die Städte. Ich verkauf mal, da kommt es 50 Euro oder so. Du legst nicht. Nee. Obwohl du so viele Skins hast. Digga, nein, man macht... Verkauf den? Da machst du 50 Euro? 50 Euro? Äh, äh. Mach nicht. Normal, Digga, ist da aufgekommen. Schule, Flüchtiger. Ja. Hast recht. Also, die Schöne ist direkt auf dem Spiel. Ich spiele noch kurz und so. Aber irgendwann, wenn ich spiele kurz und schreibe, safe wäre ich auf dem Spiel. Ja, ich würde für kurze Zeit aufstellen. Wenn, wenn, dann würde ich mit Fortnite aufwende, wenn ich irgendwie Abi habe oder so ganz wichtig nicht ab, wenn ich da auf einer Arbeit, wenn ich arbeite oder so. So ein Führer ist rausgelassen, ne? Wenn, dann guck mir zu, Bruder. Null guck mir zu. Ich ziehe durch. Ich ziehe durch. Ich ziehe auch durch. Ist auch egal. Ja. Das hier die Worte ist zweiter Weltkrieg. Da fährt irgend so ein Boss da drum. Ich ziehe doch mal mit. Und wenn du damit weg bist, dann geht es doch mal mit. Oh mein Gott, Digga. Der ist wirklich krank, ne? Hä, wegen. Ja, guck dir mal den, guck dir mal den Wirtel an. Da sind so viele Risse. Zu viel, ja? Jetzt vertrischst du dich. Der kommt davon in der Ecke gepusht. Okay, du wirst du sehen. Oh, hello, man. Pusher! Was? What? What? Alles klar, Bruder. Alles klar. Ja. Wie viele Käse hast du? Okay, Liga, jemand hat gerade Stress mit mir gemacht. Ich werde jetzt in den Holen kommen. Holen, geh hin. Wenn du kommst, dann kommst du zu mir. Durch Jagdgewehr oder du repetierst nichts. Wo? Wo ist das denn? Komm her, du. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Dann mach ich ja. Was möchtest du sehen? Ich? Oder diese? Ich? Ähm, komm diese. Ähm. Warte, ich muss erstmal kurz. Und du kommst jetzt. Ich bin jetzt noch kurz. Am classic. Oh, Mamla, ich bin jetzt mal. Oh, wir werden wir hier einmal richtig hin. Und du kommst jetzt mal wieder. Und du kommst das. Wird Schlange anfangen, jetzt ging es dann, ne? Jetzt geht es mal. Vielleicht werde ich ja Ninja oder so. Nein, ne! Ich habe einen Tiefel 30-footraum. Nein, Mann! Ich lüge, ich lüge ja nicht. Ich habe einen Tiefel getrückt, ne? Der Sniper? Dann haben wir hinterlassen. Üft schon, Mann! Üft! Was ist passiert? Ich komme nicht klar, ich komme nicht üft! Ich habe Goldklass hier. Was? Das muss erst mal nachladen, das braucht er mal wieder. Egal, dafür zwei Kills. Guck mal, warum haben die jede Runde mehr? Heute gewinnen die irgendwie. Das gewinne ich immer. Was? 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 Was ist das? ich hatte gerade drei zuschauern hat die kugel zu haben wie geht es was Masha'Allah, sag mal, was ist das denn? Mach dein Auge, bitte. Hey, mir geht's... Was? Danke, Mann. Was hat er geschrieben? Er hat mich abonniert. Bruder, du stellst doch gut an, Bruder. Drei Abonnenten am Herzen. Ja. Ninja macht mal das Bezugsbacher. Aber trotzdem, man kennt ihn mehr. Er ist Ninja, er ist einfach Ninja. Man braucht gar nicht weitergehen. Aber ich beide, ne? Ich hab ein bisschen gefüttert. Ich hab erst zwei. Ich hab acht. Tschüss. Bruder. Ich brauche die Runde allein. Ich brauche die Runde allein. Ich brauche die Runde allein. Ich brauche Angst, ich brauche das. Tschüss. Dann schieße ich das Tate. Hab ihn. Warte mal, Hadi. Hab ihn. Ja, Halil. Äh, Hadi, willst du mitspielen? Darfst du mitspielen? Ja, ich brauche das. Ich brauche. Ja, ich credit. Ich brauche das nicht. Ich brauche die Rundeса. Dann schluchte die Runde. Ich brauche das. Warte mal, meine Arten. ja ich glaube schon ich kann nicht sehen wer zuschaut doch ich kann sehen ob jemand zuschaut gerade schaut nur eine person er kennt ja er hat er hat der trigger ich schicke sich ein foto was er geschrieben er hat geschiebem anderen okay er hat schon 80 ich habe jetzt hatte ich irgendwie so 20 oder hatte 20 nehmen oder bei k2 ja ich habe hier leben ab der habe ich gerne gemacht ja jetzt jetzt kommt ich komme ich langsam ins spiel genau wenn ich wollte dir überlassen dann hat er dich noch gekippt nein nein du kannst du sehen wie viele abonnenten ich habe jetzt gerade wollte ich so einen wendy wegsneiden ich ach so ist ja was macht mein controller da egal ich habe zwölf kills einfach so so ne wir haben beide zwanzig ich kann auch nicht Ich weiß nicht, was ich für kai ist. Ich weiß nicht, was ich für kai ist. Ich kann noch nicht... So, Axtron, deine Ehre wurde leider nicht... Mal, wir haben bei uns noch... Ja. Ich kann noch nicht... Okay, jetzt komm Digga, was gibt's für dir? Hab ihn! Digga, was? Nein! Nein! Der Kill wurde mir nicht gespielt. Warum? Digga, ich treff ihn nicht! Ich treff ihn nicht! Bruder, was ist das? Egal, ich hab acht Kids. Ich mach... Digga, mein kleiner Bruder! Digga, wir haben beide zusammen. Wer ist Elsie? Kennst du ihn? Ist das dein Freund? Ja, ich kenn Elsie. Wie geht's Elsie? Hä? Ist Digga wirklich in die Luft? Nein, Digga, das passt nicht mehr aus. Aber bist du gar nicht, bist du nach oben? Fand! Fand! Der Frau hat sich vom Gesicht! Im Himmel! Hab ich gesehen, wie er abholt? Wo ist die? Hä? Hä? Digga, ich wurde voll weggebacken, ne? Hab ihn! Endlich! Hab ihn! Ach, Yassin! 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 Bitte, sei Lazy! Endlich! Ja, nein! Das ist nicht akzeptabel! Nein, kommt doch vorbei! Sie sind hier so ein Ding! Guck mal, was mache ich die Runde mit den Gegnern, Digga? Digga, geil! 11 Kills! Oh! Oh, 11 Kills? Beide haben geklappt! Ja! Oh, 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 Digga! Sehr witzig! Sehr witzig! 25 Kills, irgendwas! Ja, Digga, ich hab schon einen Titel geschrieben, aber ich kann mich erinnern! Oder, glaube ich? Ich weiß nicht! Digga, ich hab so wenig Leben, ne? Zum Glück! Komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm schon! Oh mein Gott! Das sieht aus! Ich bin auch hinter ihm! Hey! Ich bin auch hinter dir, ne? Oh mein Gott! Ich bin auch hinter ihm! Digga, wir haben halt schon fast über 30 kills. Wir haben halt fast 30 kills. Junge, dieser Scheiß-Dings, wir haben voll die Bombe mitgegeben. Jo, Bruder, was kommen wir jetzt? Hä? Ich werd... Habi. Nein, genau... Jetzt bleibe ich wieder in der Luft stecken. Digga, was ist das? Guck dir mal mein Livestream an. Guck dir mal mein Livestream an. Guck mal, was er jetzt ist. Jetzt fliege ich da in der Luft. Schau mir zu. Ja, ich kann dir ja nicht zuschauen. Wir haben schon kurz. Digga, was ist das hier ne Kacke? Okay, warte, Bruder. Digga, komm, was schafft ihr? Ja. Dave, schaffen wir das hier erst. Einfach. Drei Opponenten, Bruder. Am ersten Tag ist ein bisschen defensiver, weil ich hab... Ja, am ersten Tag schon drei Abonnenten, das ist schon gut. Jasin, Jasin. Du könntest heute sogar noch voll easy mehr schaffen, ne? Jasin, lass es. Ja, Jasin. Komm, killin, killin, killin. Ich kann ihn nicht killen. Digga, weißt du, ne? Wir könnten gewinnen, alle könnten sterben, aber wenn... Dann könnte ich noch... Wäre ich noch üblich. Ja. Nee. Bitte. Ja, ich lebe sozusagen noch. Ja, Mann. Nächsten. Komm, die beiden finischen, da hab ich zum Schnitt. Jasin, Mann. Jasin! Ich sag das gleich an, ne? Es drückt, Digga. Jetzt einen, schock, schock, Digga. Richtig. Jasin! Nein, ich glaub ich's tun. Scheiße. Nein. Bitte. Den, den ich niedergeschreckt hab, soll aufsterben. Bitte, bitte, bitte. Ey, Mann, mein kleiner Bruder, der packt so ab, ne? Weißt du was er macht? Ich hab 19 kills. Wo ist der denn? Ich hab ne 13. Nee, der muss wieder geheilt, ne? Ja! 20 kills. 20 kills. Ja, geh jetzt bitte. 33 kills, Kinder. Hammer, das ist doch krank, oder? Ja. Siehst du, die Zone ist halt schon fast Dings da. Ich bin der, der überlebt, ne? Ich bin der, der überlebt, ne? Ha! Sag mir! Ha! Aber du hast viel gewonnen. Nur weil ich in der Luft schwebe. Ich bin der, der überlebt, ne? Ja. Ja, egal. Haha. Das war's ja mal wieder komplett. Ich bin der, der überlebt. Ja, Mann. Ich bin jetzt schon seit einer halben Stunde gefasst. Und? Wie viele Leute sind die gerade zu? Ey, Konstantin ist es beigetragen. Konstantin, Bruder. Ja, Konstantin. Komm, lass mal Hadi ein. Warte. Schreib mal Hadi. Hallo? Hallo? Komm, Konstantin. Hallo? 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 Ich mach gerade YouTube, ne? Hey, hey. Mach's schon an YouTube? Ja. Ich hör ne geile Musik. Haha. Ach, nee. Du willst dich verarschen, ne? Oh, doch. Du wirst gleich sehen. Du wirst gleich sehen. Hahaha. Mach das jetzt auch ab. Digga, ich mach das jetzt an. Ich mach jetzt deine Musik an. Die du selber gemacht hast. Doch. Ich bin nicht aus dem Ghetto. Ich höre nur Elektro-Licht. Oh! Ich bin der Frau und geilt. Kein Autogramme, wie schon gesagt, ich bin der Reichsklick. Oh mein Gott! Warte kurz. Hey, der ganz links ist, das ist Konstantin und der rechte Fall ist. Was? Hey, ich konnte zusammen, ich konnte zusammen. Was ist? Hey, Mama, warum konnte ich nicht raus? Okay. Es ist egal. Warte. Lass nochmal. Okay. Halli wird. Ja, Mann, ich mach deine Musik an. Wollen wir normal Dings da spielen? Nein. Nein, ich bin überhaupt gut. Okay, dann springen weiter. Okay, ich bin kein Sodat nach einem Garten. Schreibe mal. Schreibe mal. Schreibe du ihn? Schreibe du ihn? Ich bin nicht aus der Gehleitung, ich bin nur in der Augen und ich nur. Ich sagte die Wahrheit, keine Lüge. Du bist da nur in fachen Halt. Du bist da nur in fachen Halt. Ich bin der Frau und Gehleitung. Ich bin der Frau und Gehleitung. Kein Autogramm erfährt halt. Du hast schon gesagt, ich bin da. Ich bin da. Die Reins fliegt und dich am Leben erhält. Denn wie ein Mann, Hurensohn und somit ein Dummyszeit der Welt erhält. Der Frau, wie es läuft, wo es läuft, wo es läuft. Der Frau, wie es läuft, wo es läuft, wo es läuft, wo es läuft. Der Frau, wie es läuft. Der Frau, wie es läuft. Er ist wieder. Ich kann nicht bei ihm rein, weil er… Der wird mich automatisch schnell draus gehen. Ich weiß nicht auch. Ist der Hintergrund auch anders? Ich kann nicht bei ihm rein, weil er… Ja, Bruder, das geht bei mir automatisch mal bei dir. Warte, mach links an, von Boddy Formas. Er hat auch ein Liff rausgebracht. Das war kapital. Ein Liff raus, von Mois, von Mois. Mach du an. Ja, aber deine Zuhörer können das hören. Warte, wie heißt der? Mois. M-O-I-S-E. Da hab ich da noch ein Liff rausgebracht. Einfach so. Mois? Drauf. Ja, sie wollen mich alle gehen. Maus und sowas. Na, 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 na. Baby, lass mich nicht alleine. Zu kurz. Baby, lass mich nicht alleine! Ja lass das auf, es geht auch nicht. Es ist nur die mega Ebene. Alles klar! Bist du mir was? Ich kann mich tanzen, ich kann mich tanzen. Ich kann mich tanzen, ich kann mich tanzen. Ich kann mich tanzen, ich kann mich tanzen. Ich kann mich tanzen. Vielen Dank! Oh, mein Bruder! bin ich der einzige bei dem das macht ja ich zahle gar nicht ich zahle gar nicht ich zahle gar nicht ich zahle gar nicht auf so einen rein werde ich mal mit kreisern kohle auf kohle das mal bei-düsen es ist so sehr, 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 sehr knapp ich habe das nicht ja du bist nicht da ok Nee, sorry, schade. Ich hab nicht zwei Heavy Shotguns. Ich komm sofort. Nein, nein, ich bring dir, ich bring dir. Ich hol mit. Komm du einfach in die Zone. Okay, Bruder, so was dürfen wir nicht sagen? Ja, dann wird noch mein nächster YouTube gesperrt. Kannst du, ähm, Elo-Tricks, er beleidigt mich. So, dann wird mich einmal gesperrt. Hä? Jeden seiner Stimme so, du, Huren, so, ey, er stellt einmal, er braucht's, ne? Aber auch 50 Kills, er stellt einmal raus. Hä? Okay, Bruder, was für'n geiler Loot ist hier. Geile Lies am Start. Leider hab ich noch keine Ska. Ich will fliegen, holen die Katja, was für'n keine Nenner. Genau, ich will fliegen, hat er gesagt. Geile Lies am Start. Wie will ich noch in den Triggern und wen auch in den Triggern? Wie will ich eine Nachschlager finden? Wie will ich noch in den Triggern? Ich will zwei. Ich will auch einen Triggern, ich will nicht nur fliegen. Wie will ich noch in den Triggern? Ich will nur noch nachgast werden. Ich kann nicht nur nachgast werden. Ich schaffte mich, wie wenn sie fliegen sind. Ich will nur nachgast werden. Kannst du das mit dem Schadigern? aber das ist einfach ein lama ich hab schon so oft war noch zu tun aber doch nicht jetzt jetzt nicht Oh, Metallicum. Wo ist mein Name? Frankreicher. Ich wollte keine Wochen. Da wollte man nicht kommen. Okay, woher? Ich muss ein Pass aus Amerika, aber mit dem Ding. Ja, ich habe schon einen Blick. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Natürlich. Das hätte ich jetzt geliebt. Das ist doch, ne? Ey, ne, ich kann dir. Ne, Heavy Punk. Ich nehme dir gleich eine Heavy Shotgun mit. Okay. Weil, ich hab mir... Ich hab mir irgendeinen Wut, den mir mein Vater gekauft hat. Den trage ich gerade. Ich laufe in die Krone. Nein, ich sterbe. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Zone, Zone, Zone. Du bist doch voll ein richtig kranker. Du musst doch kurz gehen mit Ampa. Ja, Mann. Ja, Mann. Du gehst mal Amat 32 COD TV. Amat TV ist der Kasse. Ja, Mann. Und er auch. Ja. Du hast recht. Meine Welt ist ziemlich kalt. Zinnig. Hast du die Heavy mit dir nochmal? Ja. Extra vor dir. Vor dir. Ja, Digga. Ja, Digga. Er hat so... Er hat so... Er hat so voll heiser. Komm mit. Ich mache alles vor dir. Ich mache alles vor dir. Bist du hier neben mir? Hallo, Vanisa. Ahalien, komm. Hier. Alter. Der wollte so seine Sniper nehmen. Er hat so meine schwere Sniper geklaut, ne? Und denkt so dann, ich gebe ihm noch meine schwere Sniper. Alles klar. Ich dachte gerade, ich hätte wieder doppelläufige. Was für doppelläufige? Der ist so ein Fisch. Ich hab meine Schwere Sniper nicht mehr. Der ist so ein Fisch. Der ist so ein Fisch. Ich habe mich so ein Fisch. Ich werde mich so ein Fisch. Aber... komm lass jetzt in die mitte ist doch gar nicht ja das ist so ein gewollt ne afrika wales ist oder auf nach oben i love it nein das ist solche kiss dealer ach so du hast nein man nein der war an seinem arsch vorbei bruder nein der bewegt sich immer genau dann wenn ich schieße muss ja nein aber der sieht mich nicht mal das ist das ding da wo ich bin das viele dann ja ganz aufgekastet ganz aufgekastet ganz aufgekastet was egal dann komm ich jetzt nach oben auch menno hat da jemand versucht mich zu snipen war so schlecht das hier als wenn er nicht stirbt und er ist uns da nicht und Mann, die sind immer am Kies dealen, ja? Ja, ich hab neues Kies, weil wir die ganze Zeit alle Kies besiegt sind. Warum immer auflösen, ja? Ja, ich hab das geschafft, oder? Nein! Ein Boss hat dafür, dass wir... Ich sollt ihr jetzt sehen, diese Elite-Agentine. Mein großer Bruder hat Elite-Agentine. Das ist richtig krass. Macht ihr es noch, nein? Alter! Ich bin tot. Ich hab noch neul Leben. Aua! Digga, die haben mich nicht bekommen. Und ich kämpfe nicht. Und ich kämpfe nicht. Und ich kämpfe nicht. Und ich kämpfe nicht. Digga, ich kämpfe nicht mal, jo. Ich hab viel Kies. Warte mal, wie mein kleiner Bruder mich aufkommt. Mein kleiner Bruder regt mich gerade richtig auf. Der kommt hier so... I love it. Was?! Entrück mir Handshots! Ich drück ihm auch einen Handshots! Aber ich noch zwei! Und er macht nur neun Millionen Schaden! Scheiß Zeit fürs machen! Nein, nein! Nimm Dörfchen! Ich muss doch nicht kämpfen! Hä? Hä? Ich treff gar nichts mit Sniper! Keine Hurensohn! Lass mich doch die Aufgabe lassen, Alter! Ich hasse das! Ich mach eine Aufgabe, er landet neben mir. Der kleine verpflegte... Lass mir kleine Elite Agenten dieses Rumpen! Der Elite Agenten? Ich zicke ihn so krass, ne? Ja! Digga, komm! Der wurde gekept! Was, Alter? Stirb! Stirb endlich, Alter! Aua, komm! 44er Hit! Was ist dieser? er kommt gewalt Du Benni! Benni, ja! Ja, immer nur auf mich! Hab ihn. Ne, wir sind 20 Leute. Nee. Digga, aber weißt du, wie konstant du gut ist im Snacken? Machst du? Nein, ich meine mit Funkern. Ja, Mann. Aber am Zweifel bin ich besser als du. Wir haben lange nicht mehr gemacht, ne? Du bist niemals besser, Digga! Warum denkt jeder mehr besser als du? Ich verstehe das nicht. Also scheiße, bis ich Zweifel battle. Ich bin besser als du. Stimmt, du kennst du. Stimmt. Und da kommt irgendein Bimmi aus der Ecke. Gebumpt als Mann. Wie viel höre ich von dir zu? Null. Ich hab den Sieg gemacht. Der hat das Spiel gewonnen. Ich kann dich verlassen, Digga. Bei mir ist ein Bach. Digga, ich streame halt schon eine Stunde. Digga, weißt du? Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Jaxin, lass mal! Lass ehrlich mal Jaxin. Okay, komm, noch eine Runde. Oder wird das schön, ich spiele diese Battlesiegen nicht. Sniper. Ihr Junge, ich krieg dich bei Battle Battle, ne? Digga, aber dann... Okay, okay, aber... Digga, wer kommt zu? Einer. An wer weiß ich nicht? Drei. Okay, er ist wieder aufgegangen. Lass mal Freunde ein von dir. Wir sollen mal gucken. Warum? Ich stehe nie gut. Ich stehe nie gut. So gut. Mama! Mama, ich schaue ich ge... Ich stehe, wir haben negativ, ich stehe. Okay, Bruder, jetzt... Ich lasse sehen. Ja, danke. Du gehst... Du gehst töten, ich geh Paradeus. Bluten. Gehst töten. Ich Paradeus. Ich habe meinen Kopf diese Mal mit dir. Junge... Alter, du bist jetzt in Team Schüssel. Was für eine Schwerkraft spielen wir? Ja, wir spielen normal. Wir machen einen Sniper. Okay. Du bist der Einzige, der Sniper Battle macht. Weil alle... Weil alle wissen, dass sie schlecht sind. Du weißt, du bist besser als andere. Deswegen machst du auch. Besser als du, deswegen. Nein. Besser als ich nicht. Ich bin YouTuber. Das ist nicht falsch. Aber Bruder, ne? Ey Bruder. Ich schaue gerade ein Spring, ne? Ich sehe alles, was du machst, ne? Okay. Ich fucke, scheiße. Ich kann dein Stream schon weitergucken. Was ausmachen. Warum backst du? Weil es ein Springstück kommt. Wenn ich Streams schaue, backt mein Handy einfach. Äh, also backt mein Ding. Backt mein Fortnite. Suche eine Sniper oder ein Sniper Automaten. Äh, warte, bei mir ist ein Sniper Automaten nicht mehr. Warte Gott, ich habe auch ein Sniper Automaten. Bei mir kostet aber alles umsonst. Bei mir auch. Hä? Eine Wanderbieter, Tostuscheher, Parmussen? Ja, aber... Eine Wanderbieter, Tostuscheher, Parmussen. Kannst du noch mit? Jassi, lass mal. Und das? Oder? Ja? Ja! Weißt du besser. Oh, Mann. Und dann? Das ist so. Du bist so. Du bist so. Oh, Mann. Ich hab dich gesehen. Ok, Bruder. Guckst du gerade zu bei mir? Nein. Ok, irgendjemand anderes guckt zu. Komm jetzt. Warte. Ich muss doch erstmal das Neckermund sammeln. Egal, ich hab ne legendäre Star. Ich hab ne Pam. Ich hab alles. Welche Farbe hast du Pam? Er hat nicht mal eingeschweißt. Pump low. Welche Pam? Tactical oder? Tactical. Ich auch. Ich auch. Alles was du hast... Ja dann komm, schau mir Digga. Ich bin gleich auf dem Weg zu gehen. Ich bin gleich auf dem Weg zu gehen. Ich kann doch mit Schieß-Eisen spielen. Warte vielleicht nicht. Bitte. Ich kann doch mit Schieß-Eisen spielen. Ich kann doch mit Schieß-Eisen nicht schießen. Ich kann doch auch mit Schieß-Eisen nicht schießen. Ich kann doch auch einen Wiegel haben, Digga. Aber kann ich auch während ich Sniperboss Schießeisen benutzen? Nein. Du kannst sogar die Dickel haben. Die Dickel macht nur schadenlos, präziser. Nein, wir haben ein Sniperduell. Wir wollen ein Sniperduell machen, dann sagst du hier, du bist Schieße. Das ist eine Sniperdelle, dann sagst du hier, du bist Schieße. Ich will, du bist Schieße. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt ist es ein Sniperdelle. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollte ich extra machen? Ich will spawnen. Ich bin dunkel. Warum dunkel? Ich bin schlau. Nein, der war da im Kopf vorbei. Als wenn er springt, in der Sekunde. Als wenn, ich hab deine Treppe getroffen, Alter. Ich weiß ja einfach immer, wann ich schieße und wann ich nicht schieße. Als wenn, der war so drauf. Der war so drauf bei dir. Ich bin da. 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 Wenn mal. auch noch pieken als Wendiger genau in diesem Moment ich springe zur Seite Hä? Warum treffend sie beide gegenseitig nicht? jetzt getroffen in den letzten wie er weiß ich bin benutze ich einmal oder so nein ich brauche nur als nächstes mal oh habe ich dich getroffen das geht gar nicht das geht ich habe ich ziele halt aufs holzteil genau knapp neben den holzteil als wenn der nicht drauf war nur den kopf war bei mir schon weg ich bin jetzt weiter mit hermann hat er nein immer noch mal du willst weiter und verlierst du willst weiter und verlierst und du bist am verkacken du sagst du bist ein sniper besser sieht man ja du spielst mit thermal sieht man sieht man dass du besser bist so ehrenlos ich möchte gleich spiel jetzt mal vernünftig sniper das ist ein thermal ja trotzdem du sollst einfach normal spielen mit sniper das ist keine richtige sniper ein jagdgewehr oder nicht schützengewehr das ist ein sniper und dort selber gesagt per mal sturmgewehr ich habe gar nichts verantwortet ja und ich schwöre ich schwöre ich schwöre du sagst du schwörst auch dass man sechs und schwöre auf gott der text musste nicht mehr gehören damit das schwören muss das sind ja jetzt in die fad nicht lesen ich mache es wieder diese ob es du bist du jetzt wieder Ich bin jetzt gleich auf dem Weg. Wo bist du denn? Jetzt bin ich oben. Meine Mutter nähert ein Tor auf Gabi. Da kommst du raus, du sagst das Wort, Mann. Mein Check ist gut, aber... Ach so, du willst mit Cheese Eisen machen, sicher? Ich hab schon ein Schießeisen dabei, yo. Nein, ich mach ohne. Sag, sicher, hast du mit Cheese Eisen? Mit Cheese Eisen? Das grüßt auch. Oh, ich mach mal rein. Ich bin sofort! Begge ne bist 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 Null. Schönen Marsch! Er bot sich ein Taschenbuch auf sein Ding. So check ich nicht. Naja, es ist doch, ja. Ein Bohn, was ich will. Er fällt wieder runter. Ist auch witzig. Ist auch witzig, weißt du? Ist auch witzig. Wie ist dein Ernst, Bruder? Er fällt halt wieder runter. Du bist runtergefallen wegen deiner Treppe. Er war auf meiner Base! Bist du oben oder bist jetzt unten? Man guckt, das ist das... Geht's los? Ja. Er schießt wieder und sagt dann aber. Ich schieß doch extra! Dann hätt ich richtig drauf getroffen. Was willst du da? Was ist da? Was ist da? Na, ne? Was ist denn da? Hätt'em dann! das ich nicht Den werden wir mal nicht bringen. Ich bin 5-4. Ich glaube, ich beende gleich meinen Livestream. Ja, ich beende den jetzt gleich. Das war's ja mal wieder mit meinem Livestream. Wir sehen uns bald wieder. Ciao! Okay, warte kurz. Warte einmal kurz. Ciao!